Verzweiflung geht um, jeder zieht sich zurück, die Gesellschaft spaltet sich. Versagen muss als Lockdown und FFP2, gibt es als Lösung noch nicht. Hörter auf zu streiten, nur dann können wir dafür überstehen. Wir sind in der Krise und wissen nicht weiter, obwohl genug Kohle da ist. Wir versuchen ja nur, das Leben zu schützen, retten tun wir es nicht. Hörter auf zu streiten, nur dann können wir dafür überstehen. Wir brauchen die Aussicht auf ein Leben trotzdem, damit die Hoffnung nicht zerbricht. Kommt, packt alles an, kräftig mit an, dann kommt am Ende das Recht. Hörter auf zu streiten, nur dann können wir dafür überstehen. Hörter auf zu streiten, nur dann können wir dafür überstehen.